ja hallo und herzlich willkommen zurück bei prigpradomate schön dass alle dabei seien wir haben wieder etwas ganz tolles und zwar das fazit zum zweiten und dritten bauabschnitt vom lego 42129 4x4 mercedes benz cedros trial truck also der offroad truck der control plus wie es da hinten steht mit dem smart hub 3l motoren die wir schon verbaut haben alle 3l motoren dazu kommen gleich einem motor und eben diesen bauer habt immer auf dem wir dann auch kurz noch eingehen in dem video um ein bisschen zu zeigen was sind zum beispiel diese smart hub unterschiede wenn man die jetzt mit dem zug vergleicht also die zeigen zug jetzt vom zug den motor nicht den motor oder den smart hub block nicht aber ich sage mal kurz so was die unterschiede sind kurz zum modell wir haben es als modell von lego unter spitz der welt riegerbuch ebner zur verfügung gestellt bekommen danke dazu links findet in der video beschreibung das ganze set erscheint ab 1. august und gibt es dann für uvp 29999 hat 2110 teile und ist ab 12 jahren das ganze ist ein tolles modell bis jetzt hat sehr viel spaß gemacht schaut euch das unboxing auf meinem kanal an und schaut euch den ersten bauabschnitt an dann habt ihr ein bisschen einen überblick jetzt geht es um einen zweiten teil das ist der hintere und der vordere teil das waren die nächsten zwei bauabschnitte also alles was da unten angebaut ist genau das haben wir gebaut ich drehe es einmal kurz um das zu zeigen und ich reiße da die ente ab die lego technik ente kommen wir dann auch noch dazu ja können wir uns einen kurzen überblick verschaffen was haben wir gebaut grundsätzlich habe ich da die kabeln verlegt vom m-motor jetzt nach vorne wie ihr das jetzt ich habe einen m-motor jetzt mit dem rad das habe ich eingebaut das habe ich raus gelassen gehabt ist er jetzt verbunden das heißt ein m-motor der hand hat genau diese steuerung damit dieser schalter da umgelegt wird von dem wir das letzte mal schon ganz viel geredet haben der graue schalter dunkelgraue schalter ich hoffe man sieht ihn da unten drinnen der geht dann bis zu der kante daneben wenn es ihn auf macht jetzt geht das natürlich wegen dem motor der ist ziemlich schwer dagegen zu halten grundsätzlich verlauft auch dahin ein schalter da hinten auf dieser hinterteil aktie kurz wie das jetzt wie das mit dem schwarzen teil da angebracht ist jetzt da unten auch die ganzen habt den schalter und dann könnt ihr diesen block da auf und ab bewegen und dann könnt ihr die ganzen sachen bewegen jetzt also dann könnt ihr dieses blaue rad da auch drehen jetzt da geht das nicht jetzt haben wir nur diese standard steuerung und wir können genauso da vorne das rad also im vorderen block zu bewegen und dann geht dieser ganze antriebsstrang ohne irgendwelche probleme im moment zu bewegen als andere hängt also auch die lenkung da vorne hängt an einem l-motor wir setzen da drinnen da geht das kabel dann mit dem weißen markieren da vorne von denen wir schon geredet haben vorne haben wir noch eine stoßstange gebaut die eigentlich ziemlich cool ist sticker übrigens die ersten zwei sticker plus die enteile die wir da angebracht haben so schaut das ganze aus von vorne ihr habt die lenkung die verlauft da unten dieses zahnrad mit dieser achse verlauft da drüber ja wir haben dann auch diese federungen die roten federungen vorn und hinten ist jetzt aber damals schon geredet über diese teile da im letzten video da hat wer gesagt dass die aufhänge genau so ist es also hängt das quasi mit dem teil ein da ist nur ein teil vorne hinten sind aber drei gewesen also da haben wir denn dann dann hängt das ein und dann habt ihr unten diese drei konnektoren diese zwei konnektoren noch und dann habt ihr diese durch diese federung habt ihr die aufhängung die da mitgeht ihr seht da biegt sie alles hinten im modell also ihr seht wenn es da wenn wir da was biegen da biegt sie alles im moment auf den seiten da hoffe ich dass da noch ein bisschen stabilität dann mit den extra teilen kommt da ist noch nicht viel im nächsten baubschnitt werden wir dann den block da einbauen plus die karosserie und wir werden das ganze vorderhaus bauen also zwei baubschnitte da ist jetzt weiterhin super rein da gibt es gar nichts ich kann da kann man nur jetzt nichts mehr bedienen weil da das jetzt schon blockiert ist jetzt eigentlich überall nur immer schön rein also ihr habt da den guten überblick wo es rein setzt ist jetzt von unten auf alle wichtigen baubereiche denn da dass da wo die schaltung ist ich habe den hebel daneben den kleinen da oben es ist nur so ein kleines teil mit dem hebel da rauf und runter machen könnt ja auch auf der seite da hat dieses rad das ist der antriebsstrang und habt auch dieses wo sie den gleichen antrieb machen könnt da ist der sticker noch oben übrigens auf der unterseite schaut auch ganz fancy aus was sehr cool ist finde ich sind wie die lichter im anbrach sind die sind eben auch mit so technik teilen rein und dann habt ihr das ein bisschen so rein drückt einfach interessant wie das rein gebaut wird ihr habt das verschieben können dass das ein bisschen rein geht also jetzt ist es ein bisschen nach innen gerückt weil das da innen die ganze da vorne befestigt ist an den zwei schwer gewesen das rein zu bringen aber hat funktioniert ja ihr seht wie das da eigentlich labil alles drinnen ist diese antriebsstränge bin ich gespannt also wie gesagt jetzt haben wir alle motoren verbaut der l-motor ist eigentlich nur für die lenkung zuständig und der und die zwei l-motoren da drinnen sind glaube ich für den antrieb dann zuständig ihr habt es auch da von oben rein wenn ihr da reinsetzt habt diese zahnräder das geht im moment und das andere sind für diesen hebel also ihr habt mehrere punkte wo ihr seht wo ihr die bedienen könnt die und zum testen und schauen das seht im moment echt super überall rein das problem ist halt dass die motoren können sie gerne in die kommentare schreiben was da die beste lösung ist im moment die motoren die sind so widerstands ist da kann ich nicht selber viel herumdrehen ja wie gesagt 3l motoren einen motor und wir setzen auch da die rückseite noch wie das ausschaut ihr habt jetzt wie die das ist dieses klassische teil da für diese dreher ja da gibt es nicht viel zum sagen ist jetzt dann auch noch wie da die räder verlaufen und das ist ein bisschen was man schon beim ding sehen kann oder beim land rover was damals auch die gleichen aufhängungsteile ja unten da ist verdeckt das sieht man jetzt nicht hin zu den zahnrädern das ist auch ein schutz und ich bin gespannt ich hoffe schon dass das noch ein bisschen stabiler wird das ganze wie gesagt so schaut es im moment aus wieder kurzes video bis jetzt jetzt kommen wir noch kurz zum smart hub das war es eigentlich ihr baut wirklich nur den block und den block wo einige zahnräder halt einfach verlaufen ihr gehabt da diese schaltung auf der rückseite mit diesen orangen teil eben so eine kupplung habt könnt gleiche gleich wieder drinnen halt und habt da so einen schalter wo ihr das rüber und her schalten könnt weil das letzte mal die frage war kann man diesen hebel dieser hebel wird auf jeden fall mit der app auch steuerbar sein weil er auf der m-motor dorthin verläuft und da läuft dann da laufen dann alle diese antriebsräder mit also da geht es dann so durch und bis zu dem rad da hinten quasi ja und ihr habt da den gleichen hebelfunktion noch einmal also wenn wenn ihr den hebel da unten bedient der man vorderer von einer seite gezeigt habt dann geht auch das damit also das läuft da zusammen auf der seite ist alles ein bisschen einfacher da geht nur der antriebsstrang hinten auf die vorderseite ja und dann hat den l-motor fürs lenken bin gespannt wie das läuft das jetzt noch ein paar bunte teile die kamen sind fast alle verlegt ich bin gespannt wie das dann ausschaut und dann habt ihr davon noch dieses teil was er immer wofür das dann ist ich glaube das ist einfach dass das lässig ausschaut rein schaut so viel dazu ich hoffe es hat euch bis jetzt spaß gemacht wenn es euch gefallen hat lasst ein abo da und wir machen weiter mit dem mit dem smart hub ihr habt vier anschlüsse bei dem smart hub a b c c d und den knopf den grünen ihr habt da die anschlussmöglichkeiten haben wir noch nie so einen gesehen also für alle weiß nicht ist es der da bei der ausbreite neu dabei gewesen wäre und dann setzt da irgendwo schon gibt in einem modell für mich als erste mal ist er in der mitbau ich kenne nur den von ihr habt da mit den technik bin es aber an baumöglichkeiten es erinnert mir ein bisserl kann ich gerne zeigen an denn es hat damals geben also so wie es da rein steckst ich glaube so wird es dann reinkommen also so wie es das dann rein bauen irgendwie so wie es da rein baust erinnert es mir extrem an den also auch so vom design vom grünen es hat so einen grünen lego technik lastwand gegeben da hast du auch dieses hub teil war da hat es damals diese diese barcodes lesen können weil ich weiß nicht ob sich irgendwer an das erinnert da hat es dann so ein motor gehabt dann hat es drüber lassen können dann hat den motor rüber bewegt also wenn es nur einen motor gehabt hat sonst mehrere anbringen können hast du auch den batteriekasten da eingebaut und dann habt ihr das war ziemlich cool damals das habe ich gehabt kann ich gerne sonst noch vergleichen sonst zu dem wollen wir kommen die power hubs von der eisenbahn müsst aufschrauben mit dem schraubenzieher was immer die hölle ist und sind lästig zu kriegst eine gescheit raus und da hat es jetzt 1,5 volt lr 06 aa sechsfach da habt ihr ein bisschen so lüftungsschlitzer ihr könnt es aufmachen einfach mit den zwei plastikknoppen also mit den hoppen mit diesen hebeln da geht es rein dann geht es auf da läuft es rein so schaut es von der innenseite aus dann habt ihr einen slot für sechs batterien und ihr bekommt das ganz leicht raus indem sie einfach da links und rechts anzieht rückseite und vorderseite so schaut das ganze aus ich versuche das halbwegs zu zeigen ja grundsätzlich bin ich nicht der mega fan von batterien ich hasse sie zu vergisst dass sie laufen aus da bin ich der meinung von allen anderen leuten da verstehe natürlich warum es da nicht ein akku gibt das dann mit usb aufladen sonst das ist auf jeden fall als super erleichterung weiß nicht warum sie es beim anderen nicht haben aber das ist das macht es halt viel viel besser dass man da so gut hinkommt ja mein problem mit den ganzen zügen du hast für jeden zug braucht im moment sechs batterien oder so oder mehr allein für den zug plus dann die fernbedienung ja du hast passt bei dem set jetzt für die fernbedienung weil du verwendest das handy und das kannst du zumindest aufladen stellt sich für die leute die gerne die fernbedienung haben wollen ja aber dann habt wieder extra batterien da wäre cool wenn da irgendwas anders einmal kommt also das sehe ich wie alle anderen vor allem du brauchst sechs batterien was halt echt viel ist aber angeblich soll es ziemlich stark sein die leistung von dem ganzen und ich bin echt mega gespannt auf das also ich hoffe das video hat euch ein bisserl geholfen beim nächsten mal wie gesagt fangen wir mit dieser karosserie dann an ich gehe ein bisschen rauf damit wir das zeigen können von der schachtel her da bauen wir jetzt diesen ganzen kasten also wir bauen den teil und den teil kommen zu mercedes stellen endlich hoffentlich ja und der restliche teil dann weiß einfach wird er vielleicht noch teil fällen von und dann kannst du den restlichen teil bauen wir dann im letzten bauabschnitt da gibt es dann das endgültige wievielvideo beziehungsweise ich werde ja video machen wo ich dann versucht zu zeigen zu filmen wo ich herumgefahren bin ja das wird spannend das war es mit dem bauabschnitt wenn es nichts verpassen wollt lasst ein like da lasst ein abo da wir zeigen die nächsten bauabschnitte morgen 17 uhr soll dann wieder der nächste kommen ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht und euch interessieren die videos auf diese art versucht einfach ein bisserl zu zeigen während die am bauen bin ja wie die ganze genau die technik läuft da werden wir dann sehen also wie das dann beim fahren funktioniert mit dem bergau mit dem sperr differenzial und so weiter und da bin ich dann echt gespannt wie wo was wofür genau ist ja ihr kennt euch sicher da ein bisschen besser aus als ich ja also wie gesagt lasst ein like da verpasst nichts schreibt es mal rein wie ihr es gefunden habt und dann macht das gut und bis morgen ciao